Puh, ach schau mal an, unser Urlaub ist hier zurück. Mh, unser Märchenerzähler. Mh, ein Märchenerzähler. Jo! Erzähl mal, wie war dein Urlaub? Afrika war richtig krass. Echt? Ist wieder was krasses passiert. Einen Tag, da war ich alleine in der Wüste. Ich lief ein bisschen herum und plötzlich war auf einmal ein Löwe da. Ein Riesending! Er griff mich an. Ich bin gerannt. Er war mega schnell, aber ich war schneller. Ich rannte und rannte und rannte, bis ich einen Baum gesehen habe. Ich bin da hochgeklettert und bin die ganze Nacht da geblieben. Bis der Löwe weg war. Das war so eine krasse Nacht. Ein Baum in der Wüste? Ja? Wenn so ein Löwe vor dir steht, dann ist dir das scheißegal in dem Moment. Dann locking an. Und dann locken. GDONEIGN zum Ego! Die ä Elena hat den Ego. Da 18яниn. Scheiß schon mal. Iadborn-Lie.